Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Arcada Club Thema. Es ist vielleicht ein etwas komplizierteres Thema, aber ich denke auch Einsteiger werden damit gut klarkommen. Es ist eine tolle Sache, die ich euch zeigen will. Und zwar geht es darum, es gibt ein Lexikon, das wird mit dem Mac-Betriebssystem ausgeliefert. Das wissen die wenigsten. Und das kann man erweitern. Man kann dort ein Lexikon einfügen, das beispielsweise englische Wörter ins Deutsche übersetzt. Was sehr hilfreich ist, wenn man beispielsweise auf englischen Webseiten einige Wörter mal nicht versteht. Und das Ganze kann man dann auf Knopfdruck übersetzen lassen. Ich möchte euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar müssen wir zunächst einmal auf die Seite libflip.org. Dort klickt ihr hier auf Downloads und dann könnt ihr hier die Seite aufrufen. Beziehungsweise ich werde diesen Link hier als Kommentar in das YouTube-Video unten unter dem YouTube-Video reinkopieren. Dann könnt ihr das einfach anklicken und kommt auf diese Seite. Dort findet ihr hier am Ende der Seite die Möglichkeit, verschiedene Versionen des Lexikons herunterzuladen. Und wir nehmen dieses hier, das erste mit über einer Million Einträge. Da drücken wir hier auf Download und dann wird es heruntergeladen. Ihr seht es hier oben. Es ist dann irgendwann bei euch hier in dem Ordner Downloads drin. Mit der Suche könnt ihr es dann hier suchen. Und ich breche das jetzt mal ab, weil ich das heruntergeladen habe bereits. Das dauert nämlich eine Zeit lang, weil es recht groß ist. 600 MB groß. Und ich schließe mal das Fenster. Es liegt bei mir nicht in dem Downloads-Ordner. Bei euch würde es da wahrscheinlich drin liegen. Dann müsst ihr hier auf diesen Ordner Downloads klicken. Würdet es dort finden. Ich habe es mir jetzt hier auf diesen Schreibtisch kopiert. Und hier liegt es. Und das müssen wir installieren. Mit einem Doppelklick starten wir das Ganze. Und dann kommt die böse Überraschung. Die Sicherheitseinstellungen bei unserem Mac erlauben nicht, dass wir dieses Programm installieren. Das liegt daran, dass der Entwickler bei Apple für dieses Programm eigentlich eine Sicherheitslizenz erwerben muss. Die kostet aber Geld. Und das kann der Philipp, der das als Hobby betreibt, natürlich nicht alles bezahlen. Und deswegen hat er diese Signatur nicht. Was aber nicht bedeutet, dass das Programm nicht sicher ist. Nur der Mac ist so eingestellt, dass er diese Programme aus dem Internet erstmal nicht installiert. Und das müssen wir ihm jetzt beibringen. Und das geht, indem wir auf die Systemeinstellungen gehen. Wenn ihr die hier unten nicht findet, dann findet ihr die immer auf dem Apfelmenü hier oben, die Systemeinstellungen. Und dort klicken wir mal drauf. Und da gibt es den Menüpunkt Sicherheit. Und wenn wir auf den klicken, dann hat das Programm gemerkt, dass wir eben versucht haben, diese Software zu installieren. Aber der Mac hat das blockiert. Und wenn wir sie dennoch öffnen wollen, dann müssen wir hier draufklicken. Und das machen wir jetzt mal. Wir sagen dennoch öffnen. Und dann kommt die Installationsroutine, die wir installieren möchten. Ihr könnt das ruhig machen. Aus der Quelle ist das Programm halt auch wirklich sicher. Wie gesagt, man muss das einstellen, wenn man nicht Programme aus dem Mac App Store geladen hat. Und da gibt es das leider nicht. Oder eben Programme von Entwicklern, die diese Sicherheitslizenz nicht bezahlen. Also, wollen wir weitermachen. Fortfahren. Und wir drücken nochmal auf Fortfahren. Und wir wollen es für alle Benutzer installieren. Deswegen klicken wir das hier an, drücken auf Fortfahren. Und dann geht die Installation los. Es dauert ein bisschen. Ich muss dann einmal mein Kennwort eingeben, um auch die Installation durchführen zu können. Das ist eben noch eine weitere Sicherheitseinstellung. Ja, und dann ist es irgendwann fertig installiert. Das Lexikon steht zur Verfügung. Wir schalten es aber jetzt erstmal ab. Wir schließen diese Fenster alle und gucken uns jetzt gleich das alles nochmal in Ruhe an. Zunächst einmal alle Fenster machen wir zu. So, und wie kommen wir jetzt an dieses Lexikon ran? Ja, wir können einmal über die Spotlight-Suche, also mit Command und Leertaste, das Lexikon mal aufrufen. Hier ist es. Und ihr seht, wenn wir es aufrufen, dann ist hier eigentlich nur eine Apple-Suche, eine Wikipedia-Suche und ein eigenes Lexikon aktiviert. Die sind standardmäßig dabei. Wir müssen aber jetzt eben dieses Übersetzungsprogramm noch aktivieren. Das machen wir, indem wir hier auf Lexikon, Einstellungen klicken und ihr seht hier eine riesen Auswahl von Lexikas, die mitgeliefert werden. Da sind also wirklich schon einige dabei und irgendwo hier muss jetzt auch unser Deutsch-Englisch sein. Da ganz unten ist es dazu installiert worden. Also dieses Lexikon, das installieren wir und wir werden jetzt das gleich mal ausprobieren, indem wir dann hingehen und das hier wieder schließen. Und wir rufen eine Webseite auf. Da gehen wir mal auf eine englische Seite. Ja, gehen wir doch mal direkt zur Apple. Also hier müssen wir natürlich auch zur amerikanischen Apple-Seite gehen und nicht zur deutschen Seite. Ja, und wir gucken dann mal, ob wir hier ein Wort finden. Und da nehmen wir mal das Wort Membership. Ein Doppelklick auf das Wort. Und jetzt rufe ich das Lexikon auf. Command, Control und D gleichzeitig drücken. Dann wird das Lexikon geöffnet. Sollte es. Da ist es. Und zunächst einmal kommt noch so ein Hinweis. Wenn man das nämlich das erste Mal startet, dann sagt der Mac einem, wo es überall gesucht wird und was nicht alles. Dann drücken wir hier auf Continue. Und dann sehen wir es hier. Membership hat er tatsächlich übersetzt. Angehörigkeit, Gliedschaft, Mitgliedschaft, Zugehörigkeit. Also das hat wunderbar funktioniert. Wir können mal ein anderes Wort hier. Payment anklicken. Command, Control und D drücken. Ich weiß jetzt nicht, warum manchmal diese Tastenkombination nicht ganz funktioniert. Aber hier sehen wir es nochmal. Abzahlung, Anweisung, Auszahlen, Bezahlen. Einzelne Wörter können damit wunderbar eben jetzt übersetzt werden. Das könnt ihr auf beliebigen englischen Seiten dann machen. Wir können ja mal auf die CNN News gehen. CNN.com Und wenn wir dort eben so Nachrichten uns angucken. Wir können ja mal einer hier aufrufen. Irgendwas. So und da sind jetzt Wörter, die wir vielleicht nicht verstehen. Das hier zum Beispiel dann anklicken. Control, Command, D. Okay, ja, und ich weiß nicht, warum ich das immer nochmal anklicken muss. Und dann erst, es funktioniert. Eben hat es bei mir eigentlich immer sehr gut funktioniert. Müsst ihr mal ein bisschen probieren. Es kann manchmal sein, dass hier noch zusätzliche Fenster auf den Webseiten aufgehen, die diese Tastenkombination dann verhindern. Einfach nochmal draufklicken. Dann klappt das. Und ihr seht, das wird also jetzt brav hier alles wunderbar übersetzt. Okay, das ist die Installation. Jetzt will ich euch noch ganz kurz sagen, was passiert ist und wie man dieses Programm auch wieder los wird. Denn diese Installationsroutine hat eigentlich nur ein Wörterbuch da reinkopiert. Und es gibt jede Menge eben, die man auch aus dem Internet nachladen kann. Und man kann das Ganze auch wieder wegwerfen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Wir gehen hier auf den Finder. Und ihr findet dann in der Regel irgendwo eure eigenen Rechner. Und wenn nicht, dann sind sie hier eben jetzt nicht da. Also es kann sein, dass man hier den eigenen Rechner nicht sieht. Dann gehen wir hier mal auf die Einstellungen und sagen dem Finder, dass wir auch hier unsere eigenen Rechner sehen wollen. Also als Gerät per iMac auch mit anklicken oder eben eure Rechner. Und dann erscheinen sie hier auch in der Seitenleiste. Ihr seht das. Hier ist mein Gerät. Da klicke ich mal drauf. Und wir finden dann die Macintosh-Festplatte hier abgebildet. Da machen wir einen Doppelklick drauf. Und dann gibt es den Ordner Library. Den finden wir hier. Und dort gibt es den Ordner Dictionaries. Und das ist der hier. Und dann sehen wir, dass hier das Deutsch-Englische Dictionary installiert worden ist mit der Version vom 26. Mai 2011. Also schon ein bisschen älter. Und das kann ich einfach hier in den Papierkorb schieben. Und da muss ich nochmal mein Kenrod eingeben. Und dann ist die Sache deinstalliert. Und wenn ich jetzt auf das Lexikon nochmal gehe, dann seht ihr, ist die Funktion nicht mehr da. Ich kann es auch in den Einstellungen hier nicht mehr auswählen. Das Dictionary ist wieder gelöscht. Also so werdet ihr das Ganze auch wieder los. Ich finde nur, es gibt keinen Grund, das loszuwerden. Deswegen gehe ich hier wieder auf den Papierkorb, suche mir die Datei wieder raus, wo auch immer sie gerade war. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp. Da ist mein Deutsch-Englisch-Lexikon. Rechte Maustaste da drauf. Und zurücklegen sagen. Wieder mein Kennwort eingeben, weil es in diese Library kopiert ist. Und dann ist es da wieder drin. Also, ich habe es wieder zurückgespielt. Ich hätte auch die Installationsroutine wieder aufrufen können, um das zu machen. Aber ich bin mal diesen Weg gegangen. Seid ein bisschen vorsichtig mit diesem Ordner hier, Libraries und alles, was da drin ist. Da solltet ihr nichts drin löschen, was ihr nicht kennt. Also wirklich nur dieses eine Dictionary löschen, weil damit kann man sich natürlich auch das System wunderbar kaputt machen. Also einfach ein bisschen aufpassen, wenn ihr das da installieren wollt. So, das soll es gewesen sein zu diesem, naja, vielleicht etwas komplizierteren Tipp, aber sehr nützlichen Tipp, wie ich finde. Denn diese Dictionary sind wirklich eine tolle Sache. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Rechnern. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne eure Fragen stellen. Und abonniert am besten den Kanal, damit ihr diese spannenden Videos nicht verpasst.